Hallo, ich bin Friederike Lang aus dem Klimaschutzteam aus dem Landkreis Lüneburg und stehe hier in der Ratsbücherei Lüneburg mit Karina Hellmann im Klimaschutzteam der Stadt Lüneburg. Genau, und wir stehen hier vor dem Regal, in dem die Energiesparboxen zu finden sind, mit Hilfe derer man sich darüber informieren kann, wie kann ich denn zu Hause Energie sparen. Das klingt ja immer nach so einem großen Begriff, aber es gibt ja viele verschiedene Maßnahmen, die jede und jeder zu Hause eben auch machen kann und dabei helfen diese Boxen, zum Beispiel bei der Beleuchtung oder bei der Luftfeuchtigkeit, beim Strom selber. Vielleicht habt ihr Lust mal vorbeizukommen, euch was auszuleihen, braucht einfach einen Ausweis bei der Bücherei, das ist ganz unkompliziert und es gibt auch jede Menge zu lesen, also zu verschiedenen Themen kann man sich auch weiter informieren. Und diese Energiesparboxen findet man eben hier in der Ratsbücherei in Lüneburg, aber auch in der Zweigstelle in Kaltenmoor und in anderen Büchereien im Landkreis Lüneburg. Also, seid neugierig, kommt vorbei und leitet euch eine der Boxen aus.